Kanye West kann manchmal ziemlich kamerascheu sein. Warum würde er also einen der intimsten Momente in seinem Leben filmen? Seine Verlobung mit Kim Kardashian. Laut Berichten sagte er in einer Radioshow, dass er sicherstellen wollte, dass die Show Keeping Up With The Kardashians dabei ist, da er wusste, das würde Kim glücklich machen. Und egal, ob es für die Show benutzt wird oder nicht, ist er sich sicher, dass sie diesen Moment dokumentiert haben möchte. Der Rapper machte ihr den Antrag im AT&T Park in San Francisco, wo er den Großteil der Familie eingeladen hat, um diesen Moment zu teilen. Es gab Essen, Feuerwerk, ein Orchester und das volle Programm für alle Teilnehmer. Und laut Berichten werden die beiden später entscheiden, ob sie den Antrag veröffentlichen oder nicht. Kanye ist froh, dass es gefilmt worden ist. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob das Powerpaar ihre Hochzeit filmen lassen wird.